hallo liebe zuschauer das ist natürlich nur ein dummer scherz hier ist keiner beerdigt worden das ist nur das neue blumenbeet meiner frau pitti die hier versucht was an zu pflanzen hallo pitti was möchte denn da jetzt anpflanzen hast du mal die tüten hier die tüten die packet so die pitti zeigt euch mal was sie jetzt da anpflanzen möchte kenne ich bin da noch nicht unter der erde dass sie jetzt da liegst und auf mich wachtest ok was ist das kaboom kaboom und ist was zu essen für die isan essen ist für isan or decoration decoration only for looking or you can eat ok guck mal da oder das ist das süße ja natürlich ok kenne ja auch würde ja nicht essen ist zu scharf papaya papaya ok salat oder so ja auch grünzeug wir haben jetzt 33 grad und da will ich jetzt im garten arbeiten ich bin schon bei den gedanken lassen wir schweiß runter aber wenn man sonst nichts zu tun hat natürlich ist unser kleiner hund auch immer dabei da könnte ja was zum essen bei abfallen man merkt schon dass von einer bauernfamilie abstammt ist manchmal sage ich ja farmer girl zu ihr aber das ist mir ein bisschen aus spaß bewundere sie dass er das macht und das anscheinend auch spaß daran hat also jetzt macht die ganzen blätter klein und sagt das kommt dann noch in die erde rein ich kann mir vorstellen um die feuchtigkeit vielleicht ein bisschen einzubinden damit dann nicht so schnell austrocknet ja heute haben wir auch noch dieses werkzeug extra gekauft dafür also schon beim zugucken läuft mir der schweiß runter geschweige dass ich da noch mithelfe also was mich schon gewundert hat über nacht hatte die piti fast 2500 klicks auf dieses video bekommen und viele interessiert was sie jetzt anpflanzen möchte daraufhin jetzt dieser film vielleicht noch ein paar mehr ich hoffe ja auch dass da mal was wächst ja du schaust ganz schön sexy dabei aus ja very sexy ja Untertitelung des ZDF, 2020